Ja, die waren schon da und jetzt kommt aber ein anderer, die nicht, nein, sondern es ist Affefehlsmuder Kapo, sein neues Album Hallo Monaco, darüber reden wir. Lange wurde es erwartet, heiß ersehnt, jetzt ist es da und natürlich sind eure Fragen wieder dran. Ja, Videoantworten wird jetzt schwierig, also am besten in die Kommentare posten. Gerne könnten wir auch auf dem einen oder anderen Weg eine Videofrage und ihm vor allen Dingen zukommen lassen. Wie immer seid kreativ und wir sind gespannt. Bis dann. Bleibt dran.